dann kann ich ja solche dieses Wort immer bei uns im Haus aber warum machen die das sie von Tumy so etwas zäh also die Kinder okay wir gehen jetzt in die Witzung Welt und zwar geht das mit dem Befehl wir können auch hier durchs Portal gehen oder so das habe ich natürlich gewusst ja klar also für die die keine Rechte haben die gehen einfach durchs Portal ich habe keine Rechte aber die Schritte sind ein bisschen laut Hamina Tadam hier kann Survival und Redstone Schilder ja über den Schilder lesen wieder eines der Portale du kannst dich jederzeit teleportieren mit T Warp Survival und T Warp Redstone die Regeln sind in der jeweiligen Welt aufgeführt viel Spaß auf Butterquart äh Item Blacklist Feuer Lava TNT Wasser Mob Spawner Lava und Wasser in Reimann ist auf Survival erlaubt ja klar natürlich also auf Survival ist nichts geblockt keine Art bäm so wo fängt das an da oben links oh mein Gott ok willkommen auf Buttercraft bitte lies die Regeln bevor du weiter gehst ich wusste das nicht das ist kein Ausbilder achso ich ja achso ja da oben wo ja dann hier und zweite reihe geht's weiter damit du bauen kannst musst du erst freigeschaltet werden ja erkenntnis von z.B freigeschaltet werden ist nicht schwer du musst dich nur benehmen können immer doch es ist aber auch einfach wieder gesperrt zu werden mhm also halte ich an die Regeln kein Gehilfen du willst es doch auch nicht kein Bliding in meinem Sinne zivilisiert kein TNT mhm absolutes Verbot Ilshaband gerne ehrlich ich würde ein Schild unter setzen mit das ist wirklich ehrlich er band sehr sehr gerne als Wörter Stoner darfst du fliegen und items cheaten fliegen kannst du beispielsweise mit Zombies Mod Pack oder wie ich halt lalala mit IID Anzahl ja kennen wir ähm too many items für Member und Redstoner öffnet die Datei ja genau blablabla Leute Pause drücken könnt ihr lesen wenn ihr Glas in der Decke zerstört macht es wieder hin ja und zwar ok meine ok ich glaube ich muss einmal kurz unterbrechen es leckt grad sehr stark so bis gleich so Leute versuch nochmal 535 und jetzt müsste es eigentlich funktionieren wir machen jetzt mal weiter ähm wir haben die Schilder schon erklärt und jetzt werde ich einfach mal weiter gehen und zwar sind das hier so riesige Hallen wie viele Hallen gibt es insgesamt? 8 8 8 Stück ok ich werde einfach mal in jeder Halle einfach mal kurz reinschauen hier kann einfach jeder äh der was mit Redstone kann der kann das hier bauen ich werde das einfach nicht ich werde das nicht alles zeigen das würde 30.000 Jahre dauern das wäre wirklich sehr lange dauern und ähm ja ich zeig euch das einfach mal vielleicht kennt ihr auch irgendwas wieder was ich eher nicht glaube also ich weiß selbst nicht wo wir die ganzen Sachen sind bisschen krank da habe ich Sack Schilder dran hängen von Fame das ist und was das ist mhm auch Schilder Hall of Fame das Todespiele ja genau wer hat das gemacht? äh ich nicht ok so kann ich noch fliegen? ne kann ich nicht kannst du mal machen bitte? auch kann ich doch selbst ich bin noch Mod egal ne kann ich auch kann ich ne kann ich gar nicht auch kein Problem ok oh ja das ist sexy ganz viele Schalter ähm ok Schiffe versenken ah ich wusste es aber ich habe keine Schuld gelesen aber ich wusste es trotzdem man bin nicht gut eine Wasserwand eine Wasserwand mhm ein oh ja ein ein DfD-Flop der Anfang eines ganz großen Dings natürlich ich bin nicht voll geil die Teile das ist mir die Lieblingsteile ok ich mache weiter alle zwei alle drei ist dahinten ups da war ein Bett im Weg hm I love Butter ähm ja natürlich Forever Butter Butter Bat 4 Redstone ok wurde hier überhaupt was mit Redstone gebaut? ich glaube nicht ne? ne das ist nur so Fanart roffel er hat lol gesagt hm natürlich ein Spinnnetz roffel lol Butter warte hab ich das eigentlich von dir gezeigt? ne ne? ähm was meinst du? welcher Halle ist das? das wo dein Dame für deine Wand spielt? ähm wie es immer steht? ja das müsste ähm ne das ist nicht keine Ahnung du musst ein bisschen lauter reden äh ja keine Ahnung wo das ist oh das war krass laut ok ich geh jetzt in 4 ja ich bin auch gut Neil ist im bar haha nea ok Alter was hier alles gebaut wurde war's richtig krass er hat sogar einer ein automatischen also er hat einer einen Bahnhof gebaut mit Auswahl mit Destination Auswahl oh das möchte ich einmal zeigen das hier Leute ich weiß nicht ob ich jetzt grad funktioniert boah ich hoffe es mal das ist nämlich richtig geil gelungen für mich Achtung äh wo ist denn das erste Stück? achso bewegen sich mit Pistons bewegen sich die Pistons nicht? klicke hier mal WTF hier hier man könnte sie schneller einstellen aber wo hat denn der geschrieben was das ist? das soll ein Aufzug sein ich weiß aber ne das kann okay das ist ein Aufzug und der Aufzug ist ganz hättest du warten können? tadaaa ich bin oben ich bin auf dem Glas ja wir machen jetzt weiter ja so zack Halle 4 und zwar sind jetzt die 4 Hallen hier voll und wir gehen jetzt mal weiter wo? da zu Hallen 5 bis 8 soll ich ein Minecraft nehmen? mhm ok er ist leer ich nehm mal Minecraft ich hab noch eins willst du auch eins? ich hab eins ok ich lass dir den Vortritt dankeschön du-du-du-du bam ne du liegt wie laut ein Half-Step im Weg ey ich bin stehengewinkel ach ja witzig Leute nööööööö das ist scheiße so noch mal und ab geht's jawohl so, wer möchte einen Kaffee? ja, ich kann's mal Tag machen, bitte ich kann es doch sehen, ich bin doch Motti, ich bin echt dumm, oder? dein Minecraft fährt zurück wenn möglich mein kapitel des kindes ja fahr wieder zurück mach ruhig ich habe das habe ich keine ahnung was das ist doch wieder im spiel das ist glaube ich hier gewinnt sieht komisch ja ich hätte das anders gebraucht aber okay ich sag nicht die haben wir ganz viele was so ist sicher sein kann ich mir gedacht was das denn musste gucken gucken zu 3 4 jetzt schifft dann zu verschieben aber das ist leicht gemacht gut aus alle fünf ich gehe mal unterwegs wo haben wir sind da wenn ihr das täglich zum schluss ja da ist natürlich nichts von mir drin jetzt alle sieben war das das ist das mit dem minecraft ich aber zeigen dass es meist gemacht an großes lob an 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 marcel 1747800 besseren name ging ja nicht ins lager